Herzlich willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und eine Bewertung bei iTunes, denn heute sprechen wir über eine sehr spannende News. Und zwar hat die UFC Alistair Overeem und Junior Dos Santos entlassen. Plus Hamza Chimaev ist doch nicht zurückgetreten. Oder ist er es doch? Das weiß man noch nicht so ganz. Aber kommen wir zuerst zu Overeem und Junior Dos Santos. Wie gesagt, die UFC hat beide entlassen und bei Junior Dos Santos hat mich das weniger gewundert. Ich erinnere mich noch, wie ich mit meinem guten Freund Matthias Botthoff darüber gequatscht habe, wie denn JDS überhaupt noch in den Rankings sein kann. Vier Niederlagen in Folge und zuletzt stand er auf Platz 12, meine ich, im UFC-Schwergewicht. Das zeigt schon natürlich den aktuellen Status des UFC-Heavyweights, das heißt relativ dünn besetzt, relativ mager besetzt. Auf der anderen Seite zeigt es auch, dass die UFC scheinbar auch viel Respekt hatte vor JDS und er natürlich auf dieser 12 vor allem wegen vergangener Leistung war. Nicht in der jüngsten Vergangenheit, sondern vor der Leistung vor sieben Jahren, sechs, sieben Jahren. Man muss dazu sagen, dass ich bei Overeem doch sehr überrascht war. Klar, es gab diese Promo, one final run, one last run, das heißt noch ein letztes Mal in Richtung Titelfight. Diese Performance gegen Volkov war dann seitens Overeem ein totaler Flop, aber vorher sah er gar nicht mal so übel aus. Bedeutet, Overeem hat eigentlich gut gekämpft die letzten Male, auch gegen Rosenstruck hat er gut performt, wurde dann in der letzten Sekunde ausgenaukt. Das war unglücklich im Endeffekt. Und trotzdem hat die UFC ihn rausgeworfen. Ich kann mir vorstellen, dass es am Geld lag, das heißt Overeem und Junior Dos Santos hatten wahnsinnig, wahnsinnig starke Verträge vom Verdienst her. Die beiden haben besser verdient als die allermeisten anderen Kämpfer in der UFC und das ist kein Scheiß. Junior Dos Santos bekommt eine feste Gage von einer halben Million Dollar pro Fight oder hat bekommen in seinen letzten Kämpfen. 500.000 Dollar, das ist ein Adesanya-Level und so viel bekommt keiner. Holloway bekam gegen Calvin Cater 200.000 Dollar. Und JDS bekommt mehr als das Doppelte. Für einen Fight gegen Cyril Gahn. Also, ich kann mir schon vorstellen, weil die beiden gehörten zu den Top-Verdienern, weil sie wahrscheinlich sehr lange Verträge hatten und früher die UFC vielleicht ein bisschen spendabler war. Wer weiß, vielleicht war das sogar ein Vertrag, der noch vor dieser UFC-Übernahme durch WAMG war. Bedeutet, die UFC spart mit den beiden sehr viel Geld. Mal gucken, wie es für die beiden weitergeht. JDS sehe ich persönlich bei Bellator, Overeem bei Ryzen. Ich denke, Overeem ist in Japan brutal gut aufgehoben. Also, dafür würde ich mir Ryzen sogar reinziehen. Ich habe Ryzen ewig nicht mehr geschaut. So eine Silvestershow schaut man sich immer gerne mal an, aber ansonsten hat Ryzen nie was Besonderes geboten. Aber Overeem bei Ryzen, back to the roots, zurück nach Japan, das wäre schon was Geiles. Dann kommen wir zu Hamza Shimaev. Der ist in einem sehr emotionalen Instagram-Post zurückgetreten, hat dann aber wieder zurückgerudert, nachdem Kadirov gesagt hat, er hat mit Shimaev gesprochen und Kadirov sagte dann, dass Shimaev doch nicht zurücktritt. Und UFC-Boss Dana White hat ebenfalls gesagt, dass das Ganze von Shimaev eher so eine Kurzschlussreaktion war. Er war da sehr emotional und hat das Ganze nicht so gemeint. Dana White war da ein bisschen genervt, glaube ich. Er sagte, dass Shimaev Medikamente bekommen hat, Pränison, ein Steroid. Und neben dieser Verordnung und dieser Verschreibung von Pränison, sollte Shimaev sich ausruhen. Statt dieser Ruhe ist er aber trainieren gegangen. Dana White hat gesagt, dass Shimaev ein Savage ist und man soll ihm mal anschauen, wie fleißig der Junge ist. Aber ich glaube, es nervt Dana White, dass er da extra ihn einfliegen lässt, medizinisch versorgt und dann trainiert er, obwohl er Ruhe wahren sollte. Aber was soll's, ich denke, Shimaev wird weitermachen und ich hoffe wirklich, ich hoffe von ganzem Herzen, dass diese ganze Erkrankung, die er zurzeit bekämpft, seine langfristige Leistung nicht schmälern wird. Ich habe da ein bisschen Sorge tatsächlich. Bleibt einfach abzuwarten, was die Zeit zeigt. Und das war es mit der aktuellen Episode. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal, Leute. Schreibt mir eure Meinung unten rein. Folgt Real of MMA bei Instagram. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 P... Untertitelung des ZDF, 2020